Happy Birthday, desi Natalia Hassian Gunavan. Happy Birthday, Elio Rieder. Happy Birthday, Torilas Claudi. Happy Birthday, Roma Hemotra. Happy Birthday, Suidul Islam. Happy Birthday, Ashley Charlotte Bridge. Das wird mein letztes Video sein für dieses Jahr auf Free Fire für Free Fire, weil ab morgen fahre ich weg in Urlaub und ich werde wieder Creative Moloch spielen. Viel Spaß. Ja, dann schauen wir mal. Die erste Runde, was uns da begegnet. Okay. Ah, mit dem Scharfschützengewehr wieder schießen. Ah, gut. 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 Welp. Oh yeah! Schon gewonnen? Wie hat die Person alle getötet? Da war doch bestimmt ein Hack. Viel Spaß mit dem nächsten Video. Ok, die Runde 2. Die erste Runde gerade war ganz komisch. Da war bestimmt ein Hacker ab Werk. Weil die Person war vorne erstmal nur. Hat nichts gemacht. Und... Ach nee, nicht diese Runde. Und... Da ist einfach die Runde abgeschlossen. Und... Und... Ok, Runde 1 geht an uns. Die Runde finde ich bisschen doof eigentlich, eigentlich. Die Runde, die Runde. Die Runde. Die Runde schießen. Zick! Ok! Oder so. 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 heilen gibt es nichts verknicksbarheit automatisch okay da ist die nummer eins ja 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 dann rennen wir jetzt mal hier rechts hoch Gliedszeit war er schon oft genug ja 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 Ups, das war ja einer von mir. Einer von mir. Einen von meinen Kameraden. Was gut ist, den einen sieht man an den Zeichen. Mit einer Schmurflinte. Ok, der ist down. Und wo seid ihr? Ok, ok, ok. Die liegen noch mit einem Punkt vorne. So, so wieder einer von mir. So. Niederlage. Ach nein, das kann doch nicht sein. Na gut, ok. Geht doch noch weiter? Ne. Dann sag ich mal ein Dankeschön für Zuschauer. Ich werde mich freundlich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Dann wünsche ich euch viel Spaß und auf Wiedersehen. Tschüss. Ein guter Bruch ins neue Jahr. Tschüss. 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 Tschüss.